Guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Wir haben ja das letzte Mal angefangen, oder die paar letzten Mal angefangen, mit der Juven-Serie. Und da machen wir jetzt weiter mit dem dritten Video. Aber bevor wir den Namen des dritten Videos oder den dritten Song preisgeben, haben wir noch eine kleine Überraschung. Und zwar bin ich wieder nicht allein, sondern das mal mit noch jemand anderem dabei. Und zwar den lieben Sveja. Hallo. Hoi Sveja. Guten Tag, mega cool bist du dabei. Wir haben das letzte Mal ja auch mit jemandem gemacht. Und jetzt hast du gesagt, springst du ein und du wirst uns ja auch ein paar Mal begleiten wahrscheinlich. Also das dritte Lied, das wir vom Juven hören hören, heisst «Oro en value». Und da sind wir auch ganz gespannt. Sveja, gehst du eigentlich ans Konzert vom Juven? Nein, nein, doch nicht. Ich bin dann unterwegs schon. Ja, vielleicht kommen wir wieder fester und so. Ja, voll. Ja, ich schaffe es eben auch nicht. Okay, aber wir warten auf den Moment, wenn er wieder kommt. Vielleicht kommt er in die Schweiz. Vielleicht kommt er in die Schweiz. Das wäre das wirklich das Geilste überhaupt. Und dann sollten wir noch Zeit haben. Aber das wäre aber glaube ich dann schon zu arbeiten. Ja, ich habe gesagt, gehen wir mal rein und schauen uns mal diesen Song an. Yes. Also, let's go. Er ist schon gleich auf dem 2.000 und 6.000. Und dann können wir das auch noch. Vielen. Dann wollen wir ganz anders aus. Ja. Ja, er ist für ein Jünger, gell? Mhm. Oh Gott, voll. Ja, ich bin dann. Ja, ja, ja. Ja, ab ins Wasser. Ja, ins kalte Wasser. Ja, ja. Hey, was sind Sie hier am Gönnen? Auf jeden Fall geht es ab. Die Szene oder das Szenen, erinnert mich an das Lied, das fährt voran, das mir mega viral ging. Geil von 3, glaube ich. Wie, sagst du mal? Von 3, oder? Es könnte sein, ja. So Ponypo ist, glaube ich, so gewesen. Das kann gut sein, voll, voll. Das kann gut sein, ja. Dort, wo er so Halluzinationen hat, ist das geil, oder? Ja, ja, genau, genau. Ja. Ah, so geil. Ja, voll. Mich hat es auch an das erinnert, durch so hessische Ohren, ich bin kalt. Aha, aha. So lustig. Hm? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also zuhAUZijn, austin, majors ja. Ja! Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Udallgallum pódum pudhir kanakku Uunakum illai, edu enakum illai Paditha vani, yinggu eđutthu kohlvaan Nallavaniyaa, rada kettavaniyaa Gadaisi ilavani, muđivu saivaan Pajipodum uđagam, yinggu Baliyana ujirukal, yinggu Ulaugatthi noremmenru Atthanayum pahar thirupppom Nadapavai nadaagam enru Namum sérthne nalitthiruppom Pala mughangal vengundum sari mattikkal vom Pala thiruppom theriyum adil thirumbikkal vom Kadain modi yungpokkeladai mod escaladun Amazon Kadain mo Virtual e unpoint ktalom Mo ravadu mu Maruppiravi vezendauma Mo ri pe 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 Vom E Re gente Uhuh 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 Omega Oh Okay Ja Kennst du das Lied schon gekannt? Nicht oder? Nein Ich habe auch gemerkt, dass ich den Film nicht geschaut habe Ah Ja gut Bist du nicht alleine? Okay Aber was heisst der Name Ur-Nalil? Ur-Nalil Es ist so wie In einem Tag Wenn ich richtig verstanden habe In einem Tag Okay Ja Ja Es wird schon eher traurig, gell? Eben am Anfang Was war das? Seine Schwester Oder seine Gliede? Ja Ich glaube Gliede vielleicht Okay Also du hast auch gar nichts über den Film in dem Fall Nein Ich war irgendwie geschockt Wie sehe ich so her Ich habe das nicht Aber wie hat es dir gefallen? Ich habe es eigentlich mega gut gefunden Also ich habe eh so junge Lieder mega gerne Ja 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 Und vor allem so liebesliedermässig Das sind eh mega gut von denen Ja 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 Was denkst du? Also wie ist das Lied anders gewesen zu den normalen jubeln Liedern? Okay Er hat auch natürlich eine breite Spannungen von Liedern Aber ähm Ist es so typisch Jube? Er macht amix so Love-Failure-Lieder mässig Mhm Und ich finde es passt schon zu denen Ja Ich hätte wohl gesagt gehabt Das Lied passt schon recht zu den Situationen Oder? Von den Ausschnitten, die wir mitgekommen haben Können wir schon sagen, dass es ja halt sehr passt Also das Lied ist auch schön Ähm Aber ja gut Die meisten, die mich ein bisschen kennen wissen, dass ich es halt gerne Ja Weisst du, gute Beats und das abgeht Party Aber es ist ja eben mal so Ähm Zur Abwechslung auch mal etwas ruhiger Etwas romantisches Oder trauriger Irgendwie finde ich es auch beruhigend Mhm Ja voll Voll Das hat Das hat was Genau Ja so beruhigend ist eigentlich auch recht Voll Fällt dir sonst noch gerade irgendetwas ein zu dem Lied? Irgendwie habe ich gefunden, es passt zum heutigen Wetter Also so regnerisch gewesen Ja Und ich hätte es gerne zu dem Lied Ja voll Gell Es würde so perfekt zum Moment passen So der Situation Gell Und das macht halt die Lieder dann auch nochmal ein bisschen halt einfach noch besser oder noch schöner Ja Absolut Ja voll Aber ja, vielleicht war es eigentlich cool Also ja Uns hat es gefallen, gell, Swija Mhm Und ähm Ja Wir hoffen euch das Lied auch gefallen Vielleicht habt ihr auch eine Rägerwischung gehabt Dann ist uns das noch perfekt Haha Und sonst an dieser Stelle Andere ist aber kein Lied Danke für euch das Zuschauen Und äh Und äh Schauen wir uns wieder beim nächsten Mal Tschau tschau Oh 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 yeah Oh Oh-oh-oh!